Donald Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS Entschuldigst du mich bei Mini? Danke, mein Freund. Miki Nein, ich werde keine Miki-Stimme machen. Ich kann das nicht. Liebe Güte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir dem König vertrauen müssen. Donnerwetter, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Eure Horat, keine Angst. Wer findet ihr den Königs und dieser Schlüssel? Ich danke euch, euch beiden. Kaisi, passt bitte auf zu. Natürlich. Und passt auf euch auf, ihr beiden. Ach ja, und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten. Hier drüben. Ich heiße Grille. Jiminy Grille. Zu euren Diensten. Jiminy. Wir hoffen, dass ihr gesund zurückkommt. Bitte helft dem König. Sie sind so toll. Sie sind so unglaublich toll. Donnerwetter, Jiminy. Deine Welt ist auch verschwunden. Es war schrecklich. Wir wurden alle getrennt. Und anscheinend bin ich der Einzige, der sich in dieses Schloss retten konnte. Oh, klar. Du meinst, wenn wir in einer anderen Welt sind, dürfen wir nicht verraten, woher wir sind? Meine Meinung. Schätze, wir brauchen neue Klamotten, wenn wir da sind. Hm? Hm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So... So... Und damit halten wir unsere Waffe in der Hand. Das Schlüsselschwert! Das Schlüsselschwert! Ja! Du musst das nicht wiederholen. So... Das Schlüsselschwert! Damit... Damit... Können wir nämlich... Die... Weiß ich sie mal treffen! Herzlosen, letztendlich auch... Autsch! Ähm... Das ist ja nichts bringt! Wir können in der Hinsicht schnötzeln, so viel wir wollen! Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir zum Sch... Nein! Moment! Äh... Äh... Okay... Jetzt... Äh... Jetzt mal A da! Ich denke schon... Ich bin echt... Gar nicht mehr so... Doch! Natürlich! Ah! Kairi! Sora! Und... Wams! Raus! I okay. Wow... Ich kenne mich nicht so ganz gut aus... Aaaahh... Dinget! There we meet again! Hello my friend! Was rhythms up? Komm man her! Ähm... Years where? Ja, komm her! Komm schon! Komm schon! Ups! Autsch! Geht mir nicht auf den Tänkel! Okay, jetzt langs! Freunde der Sonne! So, bist du in deiner Hand? Da! Der hält aber bei zweitmal aus. Achtung mal kurz raus! Hoppala! Ähm... Danke! Gerade ein wenig überfordert. Äh? Achso! Ich weiß nicht mehr genau was der Move macht. Achso! Was macht er? Alles klar! Na komm schon! Du weißt jetzt einfach sterb! Danke! Au! Komm schon, dicker! Ja! Oh, das ist nervig! So! Weg! Komm schon weg! Aaaaah! Hahaha! Danke! So! So gehört sich! Fertig! Soh, Stora! Entschuldigung! Sieh mal, der Stern da erlischt! Los, bereilen wir uns! Traverse Town, die erste an sich, richtige Welt. Hey, vielleicht sollten wir zuerst Leon suchen. Äh, Donald, ich wette, dass... Ach, was machst du schon, du Schäuberer? Was ich weiß? Komm her, Pluto! Na, sieh mal an, den Pluto da gefunden hat. Was für ein Traum! Das ist gar kein Traum! Nein, das ist kein Traum. Kaum in der Realität, mein Schatz. Wo bin ich? Oh Mann! Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Oh, hey! Und, tschüss, Pluto. Ähm, ja, wie gesagt. Die Zeichen erklären sich später. Was? Ah, Kamera! Wo wir hier jetzt sind. Die erste Welt, ist das alles seltsam hier, ich bin in einer anderen Welt. Ja, das wolltest du doch die ganze Zeit. Und ich muss sagen, ich liebe die Musik von Traverse Town. Ich weiß nicht. Ich finde sie einfach genial. Hallo. Komm bitte bei Post mit 10 Postkarten. Ich habe keine Postkarten. Ich würde aber sagen, ähm, ich sehe die Zeit so ein bisschen. Ich suche mir jetzt noch einen kleinen Sprecherpunkt. Und danach würde ich sagen, das war's erstmal. Reinspaziert. Wie kann ich beilflich? Ach, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind. Ich heiße Sora. Okay, okay, beruhig dich, Kleiner. Warum ist dein langes Gesicht, Sora? Sind die verlaufen? Nein, naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, es ist wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa. Wie heiß es ist? Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Hm. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also, viel Glück, was immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Ich kann nicht hier weiterhelfen. Da oben ist eine Kiste. Und die möchte ich noch haben. Danke. Ja. Danke. Petrillerz. Yay. Das bringt mir im Moment noch ziemlich Roms. Wenig. Ähm. Ja. Wie gesagt. Wir werden jetzt erst mal schnell speichern. Und dann würde ich sagen. Das war's. Fürs Erste. Mit Kingdom Hearts 1. Wie gesagt. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich's echt endlich spielen kann. Ähm. Ja. Und dann. Sehen wir uns. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Und. Bye bye.